Hey ihr Lieben, Flüster, Freunde! Ich hoffe, euch geht's gut. Heute wieder in neuer Frische und hoffentlich wird alles gut gehen. Heute ist nämlich der 2. Dezember und wir öffnen das zweite Türchen. Der Kalender liegt hier schon neben mir. Ich habe das zweite Paket schon ein bisschen parat gelegt. Zwei, 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 zwei. Und ich liebe diese Knistergeräusche total. Eigentlich vom Gefühl her kann ich gar nicht sagen, was da drinnen sein kann. Das ist irgendwie total flach. Doch hier spürt man ein bisschen was. Aber wir machen jetzt einfach mal aus. Ich habe jetzt noch ein bisschen was oder was da drinnen ein bisschen was. Aber das ist nicht alles gut. Das war's für heute. Okay. Aber wir haben hier Saatgut-Konfetti. Jetzt gibt es ein bisschen. Ich muss es mal durchlesen. Hier steht Start-Upper 2. Saatgut-Konfetti ist tatsächlich noch bunter, als es auf den ersten Blick scheint. In den einzelnen Blättchen verstecken sich nämlich Samen von 26 Pflanzenarten, die sich unter verschiedensten klimatischen Bedingungen und Jahreszeiten entwickeln. Saatgut-Konfetti wird bei Hand hergestellt und die eigens entwickelte Produktionsmethode sorgt dafür, dass keinerlei Ressourcenausfall entsteht oder Saatgut zerstört wird. Außerdem können die Konfetti in unterschiedlichsten Formen und Farben produziert werden. Okay. Okay. Sehr cool. Ich glaube, das werden wir dann im Frühling gleich mal ausprobieren. Ich kann euch ja mal vorlesen. Hier steht nämlich, was da alles drin ist. Rotes, Strauß, Gras, Gänse, Blümchen, rohle, leeren Sporn, fester, leeren Sporn, schulker, blauer Schwingel, scharf Schwingel, blässer, scharf Schwingel, langhaariges Habichtskraut, herbst Löwenzahn, herbst Löwenzahn, gemeines Leinkraut, Staudenlein, roter Lein, hornschotten Klee, Felsenklee, pflanzlich, Gras, mittlerer Werk, bei Wegerich, einjähriger Resspe, Silberfingerkraut, Schlüsselblume, gemeine Braunerle, kleiner Sauhamper, Feldtimian, Duftfeilchen, wilde Stiefmütterchen. Also ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr diese Sorten kennt. Lasst schwingt ihr nochmal etwas, kannst du jetzt? Einen. Das war's für heute. Also ich muss ja leider sagen, ich habe nicht so einen grünen Daumen. Ähm, bei mir verweckt irgendwie alles. Wie sieht's da bei euch aus? Ist da mehr ausgeprägt? Das war eher nicht so. Ich muss auch sagen, einige Sorten, die hier hinten stehen, sagen mir auch irgendwie gar nichts. Aber ich finde, das sieht schon sehr schön aus, oder? Die Farben, die verschiedenen Orange, Grün, Blau, Gelb. Das war's für heute. 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 Ich hab's gesehen, wie ich da jetzt mache. Das war's für heute. Ich hab's gesehen. Das war's für heute. Ich glaube, ich mache es einfach nochmal ein bisschen auf, sodass ich euch das zeigen kann, weil es mich auch so selber total interessiert. Also glaube ich, ich muss euch das sagen. noch nichts. Aber so sehen die aus. Wenn man das sieht, die ganzen, oh, die ganzen Farben. Und hier haben wir voll die süßen Formen, Kreise, Herzchen, Sterne. Ich glaube, das macht auch eine sehr gute Geräusche, oder? Habe ich den der Fremdrecht auch noch nie gesehen. Und da sieht man auch die ganzen kleinen, ich kann meine Hände so schlecht halten, Samen. Ja. Also, das war natürlich schon Nummer 2 unseres Gänsehaut Adventskalenders. Finde ich sehr, sehr süß. Das wird im Frühling definitiv ausprobiert. Ich glaube, die Kinder werden auch ihren Spaß damit haben. Anja, wir hoffen, wir hoffen dich. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend oder Tag oder Morgen, je nachdem Anja dieses Video anseht. Bis bald, ihr Lieben. also, Europing. however. Ciao.